Herzlich willkommen bei unserer Reportage und wer die Lammertalstraße schon einmal hin und hergefahren ist, der kommt genau bei diesem Gebäude hier in Golling vorbei. Hier sitzt die Salzburg-Netz GmbH, aber auch die Salzburg AG und was hier hinter den Kulissen alles passiert, das schauen wir uns jetzt an. Grüß dich. Ja, grüß dich. So richtig fesch habt ihr es da in Golling. Ja, gefreut mich, dass es dir gefällt. Was macht ihr jetzt ganz genau? Ja, wir sind für die ganzen Kunden in Dännegau zuständig und einige Gemeinden rund um die Stadt Salzburg und da ist ein breites Betätigungsfeld. Zum Beispiel, ein Kunde ruft da, derzeit haben wir sehr viele Anfragen wegen Elektro-Ladestationen und die laufen beim Kundenbetreuer auf und der nimmt das auf, schaut sich das an, welcher Leistungsbedarf ist da und ist derzeit ein sehr hoher Leistungsbedarf. Das heißt, er muss einen Planer mitbeauftragen, dass er zu der Traffa-Station eine neue Leitung plant, weil da braucht man stärkere Kabeln. Wie viele Leute hat sie da in Golling jetzt zurzeit? Ja, wir sind über 60 Mitarbeiter da in der Geschäftsstelle und die betreuen die ganzen Kunden und auch die Baustellen, was wir da in Dännegau haben. Du, und wenn ich jetzt so eine Ladestation möchte, die du gerade angesprochen hast, brauche ich dann zu meinem Haus, zu meinem Betrieb ein richtig fettes Kabel, nehme ich mir an? Ja, genau, da brauchen wir ein starkes Kabel hin. Ein Stromkabel quasi. Ein Stromkabel, genau. Unsere Gruppe von der Errichtung, die baut das Kabel da hin, machen den Tiefbau, die Verlegung und dann hat der Kunde ein neues Kabel bei seinem Objekt. Können wir uns so ein Kabel mal anschauen? Ja, das können wir uns anschauen. Ist unten gelagert. Ist unten gelagert. Weil es ist auch schwer, ne? Genau, müssen wir ins Freilager gehen. Jawohl, machen wir das. Ja, passt. Auf uns wartet ein großes Freigelände mit Kabelrollen, soweit das Auge reicht. Und da haben wir jetzt diese Kabeln, oder? Ja, da haben wir die Kabeln. Was ist das jetzt ganz genau? Das schauen ziemlich mächtig aus eigentlich, oder? Ja, wir haben da zum Vergleich ein 50 Quadrat-Hausanschlusskabel und da haben wir jetzt unsere 240 Quadrat-Kabeln, die vom Kabelverteiler zu Kabelverteiler laufen. Und wenn wir jetzt eine E-Ladestation brauchen, müssen wir das immer austauschen, weil da Energiebedarf so hoch ist. Das heißt jetzt nichts anderes, bis zum Hausanschlusskasten geht das dicke Kabel und dann geht es mit dem dünnen Kabel zu mir ins Haus ein, oder? Genau, ja, so geht es dann weiter. Und wenn jetzt eine Schnellladestation auch beim Haus ist, muss man das Kabel auch austauschen. Und das kann man im Nachhinein noch machen? Genau, ja, kein Problem. Was für Kabel haben wir da sonst noch so? Ja, wir haben natürlich da ein großes Lager und wir haben auch unsere Telekommunikationskabel da. Das heißt, unsere LWL- und Internetleitungen werden auch davon aus die Kabel ausgeliefert. Gut, dass du es gesagt hast, weil da habe ich jetzt nämlich einen kleinen Termin beim Mr. Internet in der Salzburger AG. Ja. Alles klar, viel Spaß. Danke dir. Tschau. Und Mr. Internet ist in diesem Fall Robert Steiner. Dank ihm und seinem Team kann die Salzburger superverlässliches Internet garantieren. Servus, Robert, grüß dich. Servus, grüß dich. Du, Robert, ich habe gehört, du bist der Mann bei uns, der dafür zuständig ist, dass das Internet schad und klaglos zum Kunden kommt, oder? Was machst du da ganz genau? Ja, gewisserweise kann man das so sagen, dass ich mit meinem Team natürlich verantwortlich bin, damit wir das Internet in bester und schnellster Qualität zum Kunden bringen und mit unseren Systemen das so hinbringen, dass das für den Kunden passt. Wie kontrolliert man sowas? Wie funktioniert das? Wie schon gesagt, das sind unsere Systeme, wo man Alarmierungen bekommt und Monitoring-Systeme, wo man nachschauen kann, welche Störungen treten auf, die einzugrenzen und dann natürlich auch zu finden vor Ort und zu beheben und ohne, dass der Kunde recht viel bemerkt. Wo ist vor Ort für dich und dein Team? Welches Gebiet überwacht sich da ganz genau? Ja, der Tänningau erstreckt sich, also ein kleiner Teil vom Betriebsgebiet Tänningau, muss ich sagen, erstreckt sich vom Flachgau, sprich Gemeinden Großgmei-Walz, bis da Herr Golling in die Betriebsleitung und weiter über das Lammertal nach St. Martin. Und dann haben wir auch noch zusätzlich in der Steiermark, das Ausseerland, sprich die Gemeinden Badasse, Altasse und Grundlse, was dazugehören. Das heißt, wenn da ein Fehler auftaucht, du merkst das, die Mannschaft rückt aus mit Blaulicht oder mit gelbem Licht oder wie kann man sich das vorstellen? Blaulicht haben wir bei unseren Fahrzeugen nicht, weil wir nicht eine Bedrohung des menschlichen Lebens haben, wenn man eine Störung auftritt, weil das für die Leute schon so wichtig ist. Also ja beim Strom und beim Gas, aber nein, wir fahren natürlich mit dem Fahrzeug, also konform der Straßenverordnung, zum Störungsrat und Behemte, sage ich mal, natürlich auch schnellstmöglich. Kannst du mir da ein bisschen was zeigen? Natürlich. Sollte man eine Störung auftreten oder sich anbahnen, dann haben wir da das System, wo man unsere Modems erkennt und den Unterschied zwischen Stör- und Nutzsignal da gleich eingrenzen kann und das Störsignal dann vor Ort beheben kann oder beseitigen kann, damit es wieder fehlerfrei läuft. Wie unterscheidet sich das Störsignal von dem, was wir jetzt da sehen? Da sehen wir jetzt einen simulierten Fehlerfall, also wenn das bei uns auftritt im Netz, dann leiten bei uns keine Alarmglocken und retten die Alarmglocken und wir machen mit Fernwartung, können wir den Fehler eingrenzen und verkleinern oder dass zumindest kein Komplettausfall passiert und dann fährt der Monteur vor Ort hin und behebt den Fehler und dann sollte das wieder bereinigt werden. Wunderbar, Robert hat also alles unter Kontrolle und für mich geht es jetzt wieder nach draußen, denn hier in der Geschäftsstelle in Golling gibt es auch ein eigenes Umspannwerk. Wie kommt jetzt eigentlich von da der Strom zu mir heim in die Steckdosen? Ja, funktionieren dort so, wir haben die höchste Spannungsebene, bei uns ist 110.000 Volt, die kommen über die 110er-Leitung hinein, gehen da auf die Sammelschiene und von der Sammelschiene geht es nachher um mit zu den Trafo, die da hinten stehen. Da wird der Strom transformiert von 110.000 Volt auf 30.000 Volt auf unsere Mittelspannung. Von da geht es wieder weiter in das Gebäude hinein, da ist eine Schaltanlage drinnen, wo wieder eine Sammelschiene ist nachher, wo nachher einzelne Abzeuge nachher Richtung Trafo-Stationen rausgehen, die da im Umkreis sind, wo wiederum ein Trafo drinnen ist, der was nachher die Mittelspannung, die 3.000 Volt in dem Fall, auf die 400 Volt, sprich 230 Volt für den Haushalt transformieren nachher. Also ihr schießt mir ins Haus 400 Volt rein? Wir schießen 400 Volt rein. Wie fast es mit meinen Glühbirnen sind, mit den 230? Es sind drei verschiedene Phasen nachher und für die Glühbirne wird noch eine Phasen hergenommen und Phasen auf Außenleiter haben wir 230 Volt nachher und das ist für die Glühbirne ausreichend. Also Trafo, 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 Glühbirne. Genau so funktioniert das. Ich bin jetzt gleich am Thürnberg oben und da ist eine Baustelle und da müssen wir Strom abschalten. Können wir das jetzt gleich da machen? Ja, für das gibt es eine Schalterammeldung für den Thürnberg und wir müssen da in diesem Umspannwerk eine Entlastungsschaltung machen und das werden wir jetzt gleich fahren lassen. Dass wir stromfrei sind oben? Dass wir oben keine Probleme mit der Spannung haben. Dass ich mir die Ärmel hochkrempeln kann zum Arbeiten, oder? Wenn du da hingehen kannst, wo du da hingehen möchtest. Dann tun wir das, ja? Gut, dann ist die Schaltung erledigt nachher. Dann kannst du in Thürnberg auffahren und arbeiten. Arbeiten zu Abwechslung. Perfekt, alles also erledigt und jetzt geht's weg von der Geschäftsstelle in Golling, rauf auf den Thürnberg bei Hallen, wo seit den frühen Morgenstunden fleißig gearbeitet wird. Du, Andi, danke, dass wir uns heute da am Thürnberg hier oben treffen. Aber von dem sind wir nicht wirklich ausgegangen, dass es heute so kalt ist bei dir hier oben. Weil bis die Sonne oben kommt, glaube ich, das wird auch ein bisschen dauern. Was passiert jetzt da ganz genau bei euch? Ja. Geht jetzt da folgendes. Da passiert ein Hochwasserschutz, wird da gebaut für Hallen, gell? Und genau in dem Tal, wo da vorne kommt eine Mauer hin, eine Staumauer. Und genau in diesem Bereich geht unsere 10-KV-Freileitung durch, die von Hallen an Thürnberg versorgt. Und die geht natürlich dann da genau im Weg, weil wenn das wirklich einmal überschwemmt wird, stecken die Masten alle im Wasser, genau. Und somit muss eben das verkabelt werden und kommt am Ende und am Anfang ein Hochführungsmasten hin und wird praktisch das Tal umlegt mit einem Erdkabel. Also dieses Tälchen, muss man ja fast sagen, das wird ja quasi dann geflutet sozusagen. Genau. Können wir mal runter schauen, oder? Ja, schauen wir runter. Alles klar. Andi, da geht's ja so richtig zur Sache. Was passiert jetzt hier unten ganz genau? Ja, da ist jetzt folgendes. Genau da, wo wir stehen, kommt eben diese Staumauer rein. Von der einen Talseite in die andere. Und der erste Schritt ist jetzt für den Bau, müssen sie da die Bäume, die Bäume wegschneiden. Und darum ist die Freileitung einmal professorisch abgelegt worden am Boden, damit sie das tun können. Nächster Schritt ist dann, wenn die BAM liegt, die Freileitung wieder professorisch durchspannen. Und dann kommt in weiterer Folge, wenn das Kabel da reinkommen wird, das Professorische, wird das umgegangen, die Mauer, der Arbeitsbereich, damit man da einen Kran aufstellen kann und arbeiten. Und in der letzten Phase nachher, wenn dann die Mauer steht und alles fertig ist, dann grob die Salzburger G vor dem neuen Masten, der jetzt nachher da gestellt wird, rund um die Mauer eben das neue Kabel herum, dass eben da in dem Staubereich keine Freileitung und nichts mehr herinnen ist. Und da passiert jetzt so richtig Action, oder? Ja genau. Das schauen wir uns jetzt an, oder wie? Genau. Da kommt der alte Mast wegweggesagt und eben der neue in Richtung Hallein als Abspannmast wird da wieder aufgestellt. Hochkonzentriert wird der alte Masten aus der Erde gezogen, die alten Beschläge abmontiert, und der Maßnehmenanschluss abtransportiert. Das war also ein sehr, sehr spannender Tag hier im Kran. Ich bin Hennengau bei der Salzburger G und während hier noch weiter gearbeitet wird, freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hinter den Kulissen der Salzburger G.